Wir brauchen eine ganz neue Denkweise in der Politik und wir brauchen Menschen, die diese Denkweise aktiv vorleben. Grundsätzlich sei gesagt, Menschen machen Fehler, Menschen sind nicht perfekt, sie wollen nicht anecken. Menschen lügen ab und zu und neigen dazu, unbequemen Dingen aus dem Weg zu gehen bzw. den einfachen Weg zu suchen. Sie verbleiben oft in bestehenden Mustern und sehen neue Ansätze eher kritisch. Betreu nach dem Motto, das war schon immer so. Die Frage ist lediglich, wie geht ihr, wie gehen Politiker, wie gehe ich damit um und bin ich mit dessen bewusst? Will ich Veränderung oder eben nicht? Versuche ich aktiv Dinge anzugehen oder eben nicht? Versuche ich an mir zu arbeiten, Gedankenmuster aufzubrechen, es beim nächsten Mal besser zu machen oder eben nicht? Versuche ich mich an Grundsätzen zu orientieren und Ehrlichkeit zu leben? Sage ich das, was ich wirklich denke? Ich wähle das geringere Übel. Da ändert sich doch eh nichts. Oder die sind alle korrupt. Ich hatte immer schon das Gefühl, dass viele Menschen grundsätzlich sehr unzufrieden mit der politischen Lage sind und eine Art Resignation eingetreten war. Das geringere Übel. Geht ihr in den Supermarkt und kauft den am wenigsten verschimmelten Apfel? Kauft ihr einen Gebrauchtwagen, der nur drei statt fünf Unfälle vorher hatte? Geht ihr nochmal zu einem Arzt, bei dem ihr euch nicht wohl gefühlt habt oder der euch falsch behandelt hat? Nein. Natürlich macht ihr das nicht. Das macht niemand. Ihr wollt gar kein verschimmeltes Essen kaufen, sondern einen Apfel, der gut riecht, der gut schmeckt, der gut aussieht und gesund ist. Ihr wollt kein kaputtes Auto, sondern eines, was gut und möglichst lange funktioniert. Und ihr wollt einen Arzt, dem ihr vertrauen könnt und der euch nach bestem Wissen und Gewissen berät und behandelt. Warum ist diese Denkweise, dieser Ansatz bei der politischen Entscheidungsfindung bzw. bei einer demokratischen Wahl also so anders? Das geringere Übel wählen. Warum ist das Vertrauen und die grundsätzliche Erwartungshaltung der Menschen an die Politik so niedrig? Ist die Vorstellung, dass man gar kein Übel wählt, so absurd, so absolut unvorstellbar, so utopisch? Warum eigentlich ist diese Vorstellung so undenkbar? Eins ist klar. Die Politik und die Menschen, die dahinter stehen, sind schon lange in einer Vertrauenskrise mit einem Teil der Bevölkerung. Laut einer Umfrage zum Vertrauen in politische Parteien von 2021 äußerten sich rund 58 Prozent, dass sie den politischen Parteien eher nicht vertrauen. Gleichzeitig gehört der Beruf des Politikers zu den unbeliebtesten Berufsgruppen und wird am wenigsten respektiert. Ebenso gehen über 20 Prozent der Wahlberechtigten gar nicht mehr wählen. Woher kommt das? Ist es vielleicht damit erklärbar, dass der Mensch erstmal immer ein Stück weit an sich denkt und darauf, welchen Vorteil er aus dieser oder jener Sache ziehen könnte und dadurch nicht im Interesse der Allgemeinheit handelt? Ist es evolutionär bedingt bzw. einfach egoistisch, eine egoistische menschliche Verhaltensweise? Ist das noch zeitgemäß bzw. nach logischen Aspekten vertretbar? Sollten wir diese Eigenschaft des Egoismus nicht grundsätzlich einmal hinterfragen, um die vielen Herausforderungen auf diesem Planeten gemeinsam lösen zu können? Oder liegt es vielleicht an den Strukturen selbst, die dazu führen, dass Politiker so werden und ihre guten Absichten Stück für Stück ablegen, sich inhaltlich oder persönlich verbiegen, führen Machtstrukturen und die Tatsache, dass man dann in einer Art politischen Blase lebt dazu, dass die Politiker den Kontakt zu den normalen Menschen verlieren und somit auch den Kontakt zu den normalen Problemen? Die Frage nach dem Warum lässt sich hier abschließend nicht beantworten, da viele Faktoren eine Rolle spielen, die Komplexität in der Sache zu hoch ist und Differenzierung umso notwendiger. Nicht alle Politiker sind korrupt. Viele haben wahrscheinlich immer noch gute Absichten und ihren Idealismus nicht abgelegt. Das System an sich führt nicht immer zu Korruption und Unehrlichkeit. Denn im Zweifel kommt es immer auf die jeweilige Person an, die die Entscheidung trifft oder eben nicht. Anders gesagt, Kuchen allein macht grundsätzlich nicht dick. Ein G36 ist nicht böse oder schlecht und Menschen werden nicht korrupt, käuflich oder unehrlich geboren. Der Mensch neigt dazu, sich an der Umwelt und dem bestehenden System zu orientieren, um eben nicht anzuecken und einfach klar zu kommen. Wächst er in Gewalt auf, besteht eine höhere Chance, solche Verhaltensweisen zu adaptieren. Lernt er reflektiert zu sein, friedlich, freundlich, ehrlich und respektvoll, wird er Gleiches tun und dies auch weitergeben. Genetische Dispositionen hier mal ausgeklammert. Einfach gesagt, der Mensch beeinflusst seine Umwelt und die Umwelt den Menschen. Dies zieht sich durch die Gesellschaft und jedes Individuum ist Teil davon. Es ist ein Prozess und dieser Prozess kann sich im Laufe der Zeit verändern. Je nachdem, was Menschen in einer Gesellschaft tun oder halt lassen oder welche Ereignisse in einer Gesellschaft vorkommen. Stand jetzt und in Anlehnung an dieses kleine Vorwort, hat unsere politische Landschaft in Deutschland einen schlechten Ruf und ihr wird im Kern nicht vertraut. Hier mal ein paar Vorschläge zur Vertrauensbildung und Glaubwürdigkeitszurückgewinnung. Wir müssen weg von den Berufspolitikern und hin zu Menschen, die für eine überschaubare Zeit Verantwortung in der Politik übernehmen. Eine Art Einberufungs- und Abwahlrecht für die Menschen aus dem Wahlkreis des jeweiligen Abgeordneten. Gewählte Politiker müssen auf Antrag einer kleinen Anzahl von Menschen aus dem Wahlkreis Rede und Antwort zu ihrem Abstimmungsverhalten stehen. Eine Art ehrenwörtliche Erklärung, sich eben nicht zu bereichern, die Menschen nicht anzulügen und keine Politik zum eigenen Vorteil zu machen. Sich dem Wahlkreis und den Menschen öffentlich dazu verpflichten, wäre angebracht. Eine Art Transparenzgesetz, Abgeordnete sollen während der Amtszeit alle ihre Unterlagen, ihre Finanzen, Terminkalender vollständig offenlegen und das nicht erst Jahre später. Mehr Elemente von direkter Demokratie, zum Beispiel die Wahl des Kanzlers oder auch die Abwahl, wäre sinnvoll. Oder auch eine entschlossenere Vorgehensweise bei Steuergeldverschwendung. Zitat Wer dem Staat steuern schuldig bleibt, wird hart bestraft. Wer das Geld verschwendet, muss jedoch viel zu oft keine Konsequenzen tragen. Daher muss das Strafgesetzbuch um Regelungen zur Steuergeldverschwendung und Haushaltsuntreue ergänzt werden. Das war Rainer Holznagel, der Präsident des Bundes der Deutschen Steuerzahler. Die eben genannten Dinge werden mir leider viel zu wenig in der Gesellschaft und in den Medien diskutiert und man hat das Gefühl, da ändert sich nicht wirklich was. Es sollte doch das Ziel einer Gesellschaft sein, Politik so unabhängig wie möglich zu gestalten und Vertrauen konstant herzustellen und aufrechtzuerhalten. Ebenso müssen politische Entscheidungen nachvollziehbar sein, sachlich und möglichst nah an den Menschen, die sie betreffen. Kurzum, vertrauensbildende Maßnahmen gegenüber der Bevölkerung sind dringend notwendig. Zumindest ist das meine Auffassung. Und ich habe so das Gefühl, viele Menschen in diesem Land würden sich genau das wünschen. Der Frust über die Politik ist in einer Gesellschaft sichtbar und schlägt sich auch im Wahlverhalten nieder. Die überwiegende Mehrzahl der Menschen, die zum Beispiel Protest wählen, machen das ja in der Regel nicht, weil sie das Programm so großartig finden, weil sie andere Menschen grundsätzlich hassen oder weil sie Rassisten sind. Es ist hauptsächlich ein Ausdruck von Wut, von Unzufriedenheit, von teilweise geschürten Emotionen und Feindbildern. Dies kann auch auf den Vertrauens- und Glaubwürdigkeitsverlust der schon hier länger lebenden Parteien zurückgeführt werden, welcher wiederum mit dem aktuellen Politikertyp und den politischen Entscheidungen zusammenhängt. Es ist ein Ausdruck einer sehr tief sitzenden Frustration eines gewissen Teils der Bevölkerung, Unmut und auch von Benachteiligung bzw. von Problemen, die nicht oder zu wenig benannt wurden. Es ist aber auch eine Folge von undurchdachten, politischen, kurzfristigen Entscheidungen, welche teilweise auch schon länger zurückliegen. So oder so, dieser Vertrauensverlust in der politischen Landschaft ist sichtbar, spürbar und wir müssen ihn aktiv, konstruktiv und vor allem friedlich angehen. Und das mit möglichst vielen Menschen, gemeinsam und respektvoll. Nutze deine Frustration, deine Energie und deine Unzufriedenheit für etwas Gutes, für etwas Konstruktives. Reg dich nicht immer wieder auf, sondern versuche in der Sache etwas zu ändern. Versuche die Veränderung vorzuleben, Teil davon zu sein und eben keine Feindbilder und Vorurteile zu bedienen. Sei ein Teil des Steins des Anstoßes. Beschleunige den Prozess mit deinem Einsatz für etwas Gutes. Nutze deine Motivation im Rahmen deiner Möglichkeiten. Mir ist klar, das ist der schwere, das ist der steinige Weg. Es wird dauern und es wird alles andere als einfach werden. Ist es gerecht, wenn in einem so reichen Land mehr als jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut aufwächst? Das sind 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre. Ist es gerecht, wenn die gesetzliche Rente trotz lebenslanger Arbeit nicht ausreicht und trotz Mindestlohn über 13 Millionen Menschen arm sind? Ist es gerecht, wenn sich an Maskendeals bereichert wird, wenn Steuergelder sinnlos verbrannt werden? Ist es gerecht, wenn Deutschland am Krieg verdient, zu Fluchtursachen durch Waffenexporte beiträgt, dann Menschen aufnimmt und diese aber unmenschlich behandelt? Ist es gerecht, ist es ehrlich, wenn wir über 2000 Milliarden Euro Staatsverschuldung haben, auf Kosten der nächsten Generation immer mehr Schulden aufnehmen und bei ganz wenigen der Reichtum unfassbar maßlos geworden ist? Ist es gerecht, ein NATO-2%-Ziel anzustreben, immer weiter aufzurüsten und gleichzeitig die Schulen materiell und personell nicht vernünftig auszustatten? Ist es gerecht, wenn die Abgeordneten im Bundestag über deinen Lohn entscheiden, aber du nicht über die Diäten der Abgeordneten? Ist es gerecht, Unrecht ungleich zu behandeln und einseitig zu betrachten? Snowden, Assange, Navalny? Es gäbe noch viele andere Beispiele in Sachen Gerechtigkeit. Und jeder einzelne Punkt kann und sollte sachlich diskutiert werden. Gerechtigkeit soll der Maßstab sein. Das Allgemeinwohl, das Wohl vieler der Anhaltspunkt. Die Logik, Vernunft und Wissenschaft soll als Hilfsmittel für politische Entscheidungen dienen. Redlichkeit, Menschlichkeit, Ehrlichkeit, Aufrechtigkeit und Unabhängigkeit als Basis. Die deutsche Politik muss und kann menschlicher, ehrlicher und unabhängiger werden. Wir können wieder Vertrauen zurückgewinnen und aufbauen. Wir müssen es nur denken, wollen, verinnerlichen, formulieren und umsetzen. Ich will nicht mehr das geringere Übel wählen. Ich will überhaupt kein Übel wählen. Ich will keine faulen Kompromisse eingehen. Eine Politik ohne Krieg, Lügen und Korruption ist möglich. Das setzt einen neuen Typ von Politiker voraus, der kein Berufspolitiker ist und dem das Allgemeinwohl wichtiger ist als die Wiederwahl. Glaubwürdige, authentische und herzliche Persönlichkeiten, die den Menschen zuhören und bei denen der Eigennutz hinten ansteht. Verhandle jeden so, wie du selbst behandelt werden willst. Und sei du die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Ich bin bereit. Seid ihr es auch?